Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem kleinen kurzen Video. Kennt ihr das? Ihr kauft euch etwas und ihr habt das gekauft und dann findet sich keine Gelegenheit das zu benutzen. Das ist echt verrückt. Letzte Woche habe ich meinem Freund Jan die ausgeliehenen Weitwinkelobjektive zurückgebracht bis natürlich auf das LOXIA. Die ersten Mücken kommen schon. Und seitdem habe ich ehrlich gesagt fünf Bilder gemacht. Eines davon habe ich bei Facebook online gestellt. Das zeige ich euch auch hier. Das ist einfach nur eine Gegenlichtaufnahme, nichts besonderes bei meiner Bekannten von mir im Garten. Diese Hexe. Und das war's. Und seitdem bin ich entweder nicht rausgekommen oder auch heute. Wir sind schon seit Stunden unterwegs Geocache suchen. Ich habe die Kamera nicht ausgepackt, obwohl ich ein neues Objektiv habe. Und das ist echt verrückt. Und ich wollte mal fragen, ob das euch genauso geht, weil ich habe das öfters. Also ich kaufe irgendwas Neues, ein Objektiv oder auch meinen Makroschlitten. Ich habe damals ein paar Bilder gemacht mit dem teuren Makroschlitten und dann wochenlang gar nichts. Warum weiß ich nicht. Ist einfach so. Muss ich ergeben. Man ist so total euphorisch, dann passiert nichts. Ist es bei euch. Kennt ihr das? Wird mich mal interessieren. Schreibt was in die Kommentare. Und tschüss, euer Sven.